In diesem Video geht es um die Struktur von längeren Geschichten oder Romanen, um die Rahmenhandlung und um die Binnenhandlung. Was das ist und wie du das erkennst, erkläre ich dir. Wofür benötigst du dieses Wissen überhaupt? Du brauchst das, um die Erzählstruktur einer Geschichte zu verstehen oder erklären zu können. Fangen wir mal mit der Rahmenhandlung an. Was ist das? Die Rahmenhandlung einer Geschichte bildet den Rahmen für die zweite, die Binnenerzählung. Es ist also eine Handlung, die neben der Binnenhandlung oder um sie herum erzählt wird. Und was ist die Binnenhandlung oder die Binnenerzählung? Dabei handelt es sich um eine zweite Textebene, die von einer anderen epischen Handlung umschlossen wird. Hmm, klingt erstmal kompliziert, schauen wir uns aber natürlich genauer an. So kannst du dir das vorstellen. Das hier ist die Rahmenhandlung. Die alte Frau saß schweigend an ihrem Küchentisch und blätterte in einem alten Fotoalbum. Als ihr Blick auf einen kleinen Jungen fiel, lächelte sie verträumt. Was war Nico bloß für ein hübscher Kerl gewesen, was wohl aus ihm geworden war nach dem Brand? Das ist also die Rahmenhandlung. Eine alte Frau sitzt am Tisch und erinnert sich an ihr Leben und an wichtige Ereignisse. Jetzt kommt die Binnenhandlung. Nico weinte, als sein Blick auf die verkohlte Ruine fiel. Wo waren seine Eltern? Das ist jetzt also die Geschichte in der Geschichte, die Binnenerzählung. Wir haben hier einen Zeitsprung und der Sohn Nico erzählt seine Geschichte. Es ist absolut möglich, zwischen der Rahmenhandlung und der Binnenerzählung hin und her zu wechseln. Zum Beispiel beginnt die Frau und es wird erzählt, was sie sich anschaut. Dann springt es zu dem Sohn, der erzählt seine Geschichte. Dann springt die Story wieder zurück zu der Frau, sie blättert vielleicht um und sieht eine andere Figur. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Was beabsichtigt denn der Autor oder die Autorin mit so etwas? Dadurch können persönliche Erlebnisse besser vom Autor oder von der Autorin versteckt werden. Und die Geschehnisse der Binnenerzählung können Teile der Rahmenerzählung erklären und umgekehrt. Außerdem kann die Erzählperspektive leicht verändert werden. Die unendliche Geschichte, die kennst du vielleicht von Michael Ende. Bastian Balthasar Buchs entdeckt in einer Buchhandlung ein geheimnisvolles Buch, die unendliche Geschichte. Begeistert nimmt er teil an den wilden Abenteuern des Helden Atreyu und seinem gefährlichen Auftrag, Phantasien und seine Herrscherin, die kindliche Kaiserin zu retten. Das ist die Rahmenhandlung. Bastian entdeckt dieses Buch. Und die Binnenerzählung ist die fantastischen Abenteuer, die dann geschildert werden in dem Buch. Es gibt natürlich Geschichten ganz ohne Binnenerzählung und es gibt welche mit mehreren Erzählebenen. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Und schreib doch selber mal eine Geschichte mit Rahmenhandlung und Binnenerzählung. Viel Spaß dabei!